und herzlich willkommen zurück zu let's play deponeer doomsday für den pc im letzten part haben wir hier die goal attrappe ein wenig weiter verfeinert wir haben jetzt hier ein wunderschön ein wunderschönen ring am finger und ja jetzt nur die frage wie wird die sache mit dem selbstauslöser regeln denn der finger gehört eigentlich zum selbstauslöser brauchen war ja ja den text kennen wir schon so kann ich mit hammer und weiß lang was tun ja gut und trifft den grund den haben wir gerade nicht so wirklich okay hier haben wir einen hammer den hammer hammer können wir damit hier sonst doch irgendwas tun denke nicht denke nicht dass wir mit dem haben wir noch irgendetwas machen können okay okay das könnte diesen verdammten lukas so passend das stimmt wohl naja er hat mir das eigentlich schon probiert okay das hilft so also schon mal nicht ich will doch nur hier die google abkriegen spieler nur hier die kugel abkriegen na gut dann eben nicht zumindest nicht auf diese art und weise ich denke mal hier auch nichts weiter wenn wir schließen wenn wir sie nur wieder aufmachen jay okay und meißel mein vorhaben steht unter einem guten sterb nö stillhalten stopp was hast du schon stillhalten gilt auch für die sammelklappe ich protestiere stell dich nicht so an es ist hier ein pflaster abzureißen nur eben mit hammer und meißel handwerk hat goldene boden nein wenn du das wasser verfehlst vergiss nicht ich hab zu rollen dass mich die leute aber auch nie ausreden lassen sehr gut okay auf jeden fall haben wir ihm erstmal hier runter geholfen das bezweifle ich auch irgendwie okay aber wir gehen hier erstmal wieder zurück wir haben mit chronicle quasi gerettet ein bisschen vielleicht was ähnliches reicht ja und hier drin brauchen wir da noch irgendwas darum brauchen wir nichts mehr geht chlor geht chlor boah ähm ah da ist er ja na da schau her die roh gnaden hat sich doch noch bequem hier aufzukreuzen ja wer hätte das gedacht nachdem du dich eben beinahe getötet hättest es war doch vollkommen ungefährlich du hingst über dem fluss direkt über der stelle wo wir einen damm aus rostigen nägeln gebaut haben das zählt trotzdem als fluss ich glaube ich brauche einen arzt tja das leben ist kein grabeltisch ich zum rückspiel bräuchte einen zuverlässigen assistenten und guck mal dem spiel nach was ich da habe tja so schaut sie nämlich gerade mal aus ne also was ist dein plan water rustig heißt noch wenige stunden fluss auf platz wenn wir deine abreise verhindern kann heute abend in kuwak auch niemand die zeit zurück kurbeln könnte knapp werden bei sonnenaufgang werde ich dort bereits auf dafür ist besorgt und ich habe uns ein boot organisiert alles was wir noch brauchen ist ein romantisches foto von gold und mir und wo ist sie und was ist das denn das casting ist sache der regie ok du operatest die kamera und ist es jetzt zurück an sich nicht wir brauchen ja noch hier ja geht los hier läuft gar nichts irgendwas scheint zu viel ja ok pass auf wir packen die kamera wieder hier rauf ok das ist aber auch noch falsch ok ok ich sehe super aus aber gold hat gerade eine franze geschnitten ja ne hm diese doofe gold aber auch und einen moment noch ok so die frage ist jetzt wie kriege ich hier äh jetzt den den stern mit ins bild einmal gucken einmal gucken sagt der prophet mir noch irgendwas endlich kann ich mich zur ruhe setzen machen aber ich behalte die lizenzrechte lizenzrechte na klar ich habe schon die besetzungsliste für das rei boot im kopf und das tollste veronika fernes kommt nicht drin vor uuuuuh der dies ok 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 ich will entschuldige bitte ich muss kurz eingeblendet gewesen sein gestern wohl etwas länger was wer hätte gedacht das ist so tief in der provinz so gute goa party schmeißen ja das das mit der vorhersage nicht funktioniert hat irgendwann möglicherweise aber auch nie werde ich dich bitten mir eine kleine okay gut das hätten wir auf jeden fall das hätten wir auf jeden fall die frage ist jetzt wie wir das mit dem stern machen ich habe auf jeden fall meine zwei aufs lavometer ja allerdings einfach noch seltener allerdings damit aussieht gar nix wird wie krieg ich da jetzt nur den stern wie mache ich das ja das ist das problem dass das problem nicht wie könnten wir da vorgehen ist das etwa deine freundin ich hoffe ihr ok er kriegt hier wieder seine feedback schleife das hatte ich so nicht mehr im kopf ist ein bisschen länger her dass ich aufgenommen moment dollar trappe krieche nicht mehr raus sie kriegt er nicht mehr raus denke mal dass das schon so in ordnung ist dass ich das hier lasse könnte das jetzt funktionieren toten tun da passiert nichts mehr ist halt nichts weiter das ist halt so das problem ja das ist immer noch nur eine bremse und das wort war auch noch offenbar sind fleischmützen gerade der letzte schrei meine ahnung mein vorhaber und minu könnte das sehen ich habe keine ahnung was hier und jetzt noch machen könnte um das in irgendeiner form in irgendeiner vom hinzukriegen tja äh 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 ja nie leiternis die braut zeigt mir den fingern oder nicht der ringfinger äh p p p p oder popa habe ich hier vielleicht noch etwas übersehen 나� впr sie sieht nicht gerade besonders verliebt aus natürlich täuscht das nur aber ob die maschine einen so feinen unterschied erkennen kann irgendwie ein seltsames fahrt und alles denn 100 prozent natura erwähnt es etwas stern vom himmel nur wie wie kriege ich hier diesen doofen stern ich wünschte es gäbe diese option es gibt halt nichts was ich machen könnte ok 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 was was komm schon spiel das ist jetzt mal echte verarsche mir wurde nicht angezeigt das ist eine option für links klick gibt mit dem stern ja hat das spiel mich verarscht ok ok hier an die gola trappe nein 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 schön wieder auf da so jetzt geht's los oh gott sowas dämlich ist zu etwas dämlich ist naja naja Hey Jungs! Gute Neuigkeiten! Ich habe Pimpy überreden können! Was ist denn hier los? Wohl! Hehe! Na na na, das sieht jetzt vielleicht seltsam aus, Sabor! Soll das etwa ich sein? Was für perverse Spielchen treibt ihr hier eigentlich? Ich hab nur den Auslöser gedrückt! Äh, das ist alles Teil meines Plans! Ich will's nicht wissen! Das Boot ist bereit! Kommt jetzt! Na super, jetzt brauchen wir das Foto nicht mehr, oder was? Was? Mac, mach den Kopf zu! Du hast Recht, Liebes wie Iseh! Ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich weh! Wo von Haien und Ahlen und Kraken, die tief unten am Kaum erkunden, Nötenmeeresgrundlauer Doch Pimpy, oh Pimpy, oh Pimpy, der Klauen Und schifft all das Grauen, Vertrauen ist noch gut Ja, okay Ja, okay Hätten wir das? Boot of Love, Boot of Love Checkst du's noch? Wir sind zu spät! Die Sonne geht ja schon fast wieder unter! Mein anderes Ich ist schon seit Stunden fort! Ach ja? Und warum beeil' ich mich dann so? Weil du ein Trottel bist! Danke, Goal! Danke, Goal, dass du's ausgesprochen hast! Wie lange haben wir noch, bis sich die Zeit resettet? Mal sehen! Auf Elysium ging die Sonne gerade unter Wurzel aus Deponias Radius plus Höhe von Elysiums Orbit Ich schätze zwei Stunden nach Sonnenuntergang Verdammt! Da wünscht man sich ja doch glatt die Zeitmaschine zurück Hm, naja In meinem Labor hätte ich eigentlich alles um... Junior? Du hast Nerven! Sofort in mein Büro! Zack, Zack! Ruhe am Katzentisch! Wir unterhalten sich gerade die Erwachsenen! Psst! Rufus! Das ist der Dekan! Wie, der Dekan ist ein Zwerg? Mein Name ist Dekan Angus McChronicle Senior! Senior? Wohl ihr Vize-Senior, wenn überhaupt! McChronicle hätte mir bestimmt erzählt, wenn er einen Sohn hätte! Hab ich ja aber nicht! Darf ich vorstellen? Mein Debt! Ja genau! Und ich bin der neue Gastdozent! Und warum stehen Sie da noch da rum? Tali Tali! Ab in den Vorlesungssaal! Hey, nicht so brutig! Das sollten wir erst einmal in Ruhe ausdiskutieren! Das wäre nie die... Hallo! Klasse! Hallo! Also, habt ihr irgendwelche Fragen? Ich hätte da nämlich einige! Welche molare Masse hat ein Chronopartikel? Äh... Jemand anderes? Wie funktioniert eine 4D-Brille? 4D... Sicher! Denn 3D und 2D sind ja auch bereits ein Begriff! Wie lassen sich deterministische und non-deterministische Zeittheorien miteinander vereinbaren? Nicht mit einer überhasteten Antwort! So viel ist sicher! Wo ist McChronicle? Ja! McChronicle! Mö-mö-mö! 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 Beschäftigt euch doch einfach so lange ein bisschen! Dieses ganze theoretische Gedöns hilft euch in der Realität ohnehin nicht weiter! Haldica wurde auch nicht vom Schreibtisch aus entdeckt! Selbst euer heiß geliebter McChronicle wusste das und hat an einer echten Zeitmaschine gearbeitet! Mira, wisst nicht zufällig, wo ich die finde? Ist sie das hier? Das ist nur ein Tachion-Verdichter! Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert! Ein Simulator also! Und wo finde ich das echte Gerät? Wenn McChronicle an etwas gearbeitet hat, dann wird Sicherheit in seinem Schuppen! Aber da darf niemand rein! Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert! Und damit kommen wir zur ersten Lektion für heute! Kein Schloss ist so versperrt, dass ein Professor Rufus es nicht aufforschen könnte! Notiert euch das! Das könnte in der Klausur vorkommen! Jo, aufforschen, ja! Na gut! Hallo! Ah, hey! Aus! Ganz schön aggressiv, der Kleine! Hatte bestimmt eine miserable Kindheit! Keine Freunde, die ihm halfen, fremde Stützräder anzusehen! Erschütternd! Ja, total! So kriegt das Schnabel-Tier hier in Schnabel-Tier-Körpern! Na komm schon! Rein da mit dir! Och, jetzt jammer doch mal nicht so rum! Dein alter Käfig hat auch nicht besser gerochen! Das stimmt wahrscheinlich sogar! Okay, ich habe einen Tafel-Eimer! Den brauchen wir bestimmt für irgendwas! Vorlesungsuhr, die Studenten... Goal, hey! Na, was machst du denn hier so schönes? Goal, was machst du denn da? Wonach sieht es aus? Ich störe die Vorlesung! Aber das kannst du nicht tun! Ach nein? Was willst du machen? Mich durch die Prüfung fallen lassen? Ich versuche hier die Zeit wieder herzustellen! Die Zeit, in der ich mich angeblich in dich verliebt haben soll? Danke! Nein! Kannst du nicht wenigstens die Füße vom Tisch nehmen und den Hut absetzen? Du untergräbst meine Autorität als Dozent! Und überhaupt, was soll dieser alberne Aufzug? Drei Mal darfst du raten! Ich habe mir einen eigenen Aluhut gebastelt! Damit ich mich daran erinnere, was du für ein Idiot bist! Ich mag diese Goal! Ein Regenschirm! Ja, den können wir bestimmt für irgendwas gebrauchen! Okay, bevor wir uns hier aber wieder umsehen, würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute! Ich danke euch fürs Zusehen! Ich habe viel Spaß! Ich würde mich selber Feedback freuen! Und wir sehen uns beim nächsten Mal! Bis dahin! Ciao, ciao!